Nachfassen. Das ist so attraktiv wie nasse Socken im Winter, wenn man gerade in die Pfütze gestiegen ist. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Der Moment, in dem das Angebot versendet wird, markiert für manche von uns nicht das Ende, sondern den Anfang einer entscheidenden Phase. Das Nachfassen. Den Kunden zur Entscheidung führen. Die Kunst, den Kunden dann doch zum Ja zu bringen. Aber wie oft sitzen wir dann doch da und sind eigentlich überzeugt von der eigenen Leistung und finden den Kunden doof, wenn er sich nicht für uns entscheidet. Und dann ist Nachfassen lästig. Aber vielleicht ist es ja sowieso lästig, weil es vielleicht eine Idee gibt, wie man anders, von vornherein anders in dieses Thema reingehen kann. Wenn wir ein Angebot machen, wäre es doch cool, wenn der Kunde und ich das gleiche Verständnis haben über die Wertigkeit von diesem Angebot. Und deswegen könnte es doch eine gute Idee sein, schon bevor wir dieses Angebot versenden mit dem Kunden zu vereinbaren, wann was passieren wird. Also gehen wir mal an diesen Moment, wo der Kunde sagt, dann schicken Sie mir mal ein Angebot. Also am Ende von so einem Verkaufsgespräch, vielleicht am Ende von mehreren Gesprächen. Also wir sind an dem Punkt, wo klar ist, okay, jetzt kommt das Angebot. Und ich habe mir angewöhnt, an dieser Stelle nochmal ein paar Fragen einzubauen, nämlich zum Beispiel, was soll denn in dem Angebot stehen, damit Sie eine gute Entscheidung treffen können? Und das überrascht ganz oft die Entscheider, mit denen ich da zu tun habe. Und dann sagen die erstmal sowas wie, ja, was Sie da halt so reinschreiben. Und ich antworte dann und sage, naja, natürlich, ich schreibe da das rein, was Sie brauchen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz gemeinsam drüber nachdenken, was brauchen Sie denn? Und dann findet meistens ein sehr wichtiges Gespräch nochmal statt, indem ich am Ende des Verkaufsgesprächs für mich nochmal einsammle, was braucht der Kunde denn an Informationen, an Inhalten in diesem Angebot, um eine gute Entscheidung zu treffen. Es dauert vielleicht nochmal ein paar Minuten. Und wenn ich das verstanden habe, dann stelle ich als nächstes die Frage, bis wann brauchen Sie dieses Angebot? Und dann kommt manchmal sowas wie, naja, das brauche ich bis Ende der Woche. Oder jemand sagt, ach, lassen Sie sich Zeit, wir haben sowieso erst übernächste Woche unser Gespräch, indem wir das Angebot besprechen können. Also ich kriege jetzt eine relativ klare Aussage, bis wann wird das Angebot benötigt. Manchmal ist es auch eilig, dann sagen die, ja, ich brauche das relativ dringend, weil wir sind gerade kurz davor, eine Entscheidung zu treffen. Wunderbar. Und wann auch immer dieser Termin ist, ich werde dann die Gültigkeit meines Angebotes nochmal anpassen. Und zwar frage ich als nächstes, okay, gehen Sie davon aus, Sie haben das Angebot, wie gerade eben besprochen, pünktlich in Ihrer E-Mail-Inbox. Bis wann werde ich dann einen Auftrag bekommen? Und jetzt wird es interessant. Manche wollen diese Frage nicht stellen. Manche erwarten auf diese Frage keine vernünftige Antwort. Und trotzdem stelle ich diese Frage, weil das für mich auch nochmal eine Kontrollfrage ist, habe ich es denn wirklich mit dem Entscheider zu tun gehabt? Und jetzt bekomme ich dann entweder eine Antwort im Sinne von, ja, geben Sie mir eine Woche, ja, geben Sie mir besser nochmal 14 Tage insgesamt und bis dahin kriegen Sie eine Entscheidung. Oder vielleicht kommt auch, ach, das wird relativ schnell gehen. Wir gucken uns das an und dann bis Ende der Woche haben Sie ein Ja oder ein Nein. Also das heißt, ich vereinbare mit dem Kunden, bis wann ich eine Antwort bekomme und schreibe das dann auch so ins Angebot rein. Wir haben vereinbart, dass Sie sich bis zum Datum entscheiden und die Gültigkeit des Angebots wird dann auch nur bis zu diesem Datum drin stehen. Das hat auch psychologische Gründe. So, und jetzt wird natürlich aus diesem Nachfassen etwas völlig anderes. Es geht also jetzt nicht mehr darum, freundlich nochmal nachzufragen, haben Sie mein Angebot bekommen, hat es Ihnen gefallen, haben Sie noch Fragen, sondern die Fragestellung ist jetzt eine ganz andere. Nämlich, eigentlich müssen wir gar nicht mehr nachfassen in diesem Sinne, sondern es würde ja genügen, wenn wir dann bis zu diesem Entscheidungstermin warten und wenn dann kein Ja kam, ja, dann könnten wir ja vielleicht eine Ablehnungs-E-Mail schreiben und sagen, schade, dass diesmal nicht geklappt hat. Oder ich gebe die für Sie reservierten Ressourcen jetzt wieder in den freien Markt und freue mich, wenn es beim nächsten Mal vielleicht dann doch zu einer Entscheidung für uns kommt. Oder wir wollen vielleicht trotzdem nochmal nachfassen und wollen vielleicht trotzdem nochmal anrufen und sagen, oh, wir hatten ja vereinbart, dass Sie bis heute eine Entscheidung treffen, weil ich jetzt gerade an Sie denke, rufe ich Sie nochmal an und will Sie fragen, was brauchen Sie denn jetzt noch von mir, um eine gute Entscheidung zu treffen. Auch das könnte ja eine Strategie sein. Aber die ist natürlich wesentlich präziser, als einfach nur ein Angebot zu verschicken und dann systematisch hinterherzurufen und zu sagen, haben Sie unser Angebot bekommen. Also der erste Gedanke ist, schon im Verkaufsgespräch die Grundlage zu legen, dass dieses Angebot gar nicht mehr nachgefasst werden muss in diesem Sinne, sondern dass wir schon eine Vereinbarung getroffen haben, bis wann da eine Annahme stattfinden wird. Aber gehen wir mal davon aus, dass diese gute Vorarbeit vielleicht noch nicht erfolgt ist. Und dann wäre es ja vielleicht nochmal eine Frage nach dem Wie. Also wie fassen wir Angebote nach? Und da herrscht ja oftmals auch Unsicherheit. Wie lange sollte es dauern, bis wir nachfassen? Oder wie können wir nachfassen, ohne aufdringlich zu wirken? Und das ist, ja, das fußt natürlich auf einer Praxis, die weit verbreitet ist, nämlich nicht vorher mit dem Kunden zu entscheiden, wann er sich wie entscheiden wird. Und wenn wir es also bisher versäumt haben, diese klare Vereinbarung mit dem Kunden zu treffen, lohnt es sich vielleicht jetzt mal in die Haltung des Kunden reinzugehen. Er hat jetzt ein Angebot auf dem Tisch, er könnte eine Entscheidung treffen, tut es im Moment nicht. Das könnte ja auch ein Signal dafür sein, dass vielleicht unser Angebot in der Art und Weise, wie es strukturiert ist, eben noch ein paar Hürden bedeutet. Also, dass es vielleicht zu viele Optionen beinhaltet und der Kunde sich nicht so richtig entscheiden kann, was er braucht. Oder es könnte sein, dass er es einfach nicht versteht, dass er nicht das Gefühl hat, dass der Inhalt des Angebotes zu seiner Wahrheit, zu seiner Wahrnehmung über sein Problem passt. Obwohl es vielleicht wunderbar passt. Jeder Experte würde sagen, ja wunderbar, das ist genau die Lösung für das Problem. Aber im Kopf des Kunden entscheidet sich dieser Zusammenhang anders. Also, das heißt, wir könnten die Tatsache, dass wir nachfassen müssen, auch nochmal zum Anlass nehmen, ganz anders über dieses Nachfassgespräch nachzudenken. Und nicht zu denken, ich muss da jetzt anrufen und fragen, ob er das Angebot bekommen hat und ob er es verstanden hat und ob es noch Fragen gibt. Sondern wir könnten ja davon ausgehen, dass das alles der Fall ist. Dass es irgendwie noch nicht klar ist. Und dass wir deswegen mit einem ganz anderen Ansatz in dieses Nachfassgespräch reingehen und vielleicht nicht sagen, haben Sie unser Angebot bekommen, sondern sagen, ich habe gerade über Sie nachgedacht und mir ist nochmal aufgefallen, wie interessant Ihre Ausgangssituation ist und wie hervorragend so eine Lösung, die Sie sich vorgestellt haben, doch sich auf die Kennzahl, Gewinn, Umsatz, vielleicht irgendwas anderes auswirken würde. Also mir ist nochmal aufgefallen, wie viel Erfolg, wie viel Nutzen Sie aus dieser Umsetzung ziehen könnten. Und da habe ich jetzt nochmal eine Frage an Sie. Und jetzt fange ich im Prinzip nochmal neu an, ein Bedarfsermittlungsgespräch zu führen mit anderen Voraussetzungen, an einem anderen Tag, mit einer anderen Laune und gehe nochmal genau in die Bedarfsermittlung beim Kunden rein, um für mich nochmal zu prüfen, könnte es denn sein, dass wir vielleicht das Angebot so gestaltet haben, dass es dann doch nicht optimal passt. Also ich frage ihn jetzt nicht ab im Sinne einer Prüfung, was hast du nicht verstanden oder was fehlt noch, damit du dich entscheidest, sondern ich gehe einfach nochmal einen Schritt zurück und überlege mir, was könnte denn vielleicht noch nicht ganz klar gewesen sein, aber nicht aus einer Perspektive heraus, wo ich versuche zu finden, was der Fehler war in meinem Angebot, sondern wo ich einfach nochmal neu ansetze und nochmal neu eine Bedarfsanalyse mache. Nachfassen bedeutet also nicht unbedingt zu bedrängen, sondern nochmal Interesse und Wertschätzung zu zeigen. Es gibt uns die Chance, uns abzuheben von den anderen, die nur mechanisch ein Angebot nach dem anderen nachfassen. Also das ist kein mühseliger Prozess, sondern die Gelegenheit, den Dialog nochmal komplett neu aufzunehmen, nochmal die Beziehung zu stärken, nochmal deutlich zu machen, dass wir uns wirklich für den Kunden interessieren und nicht nur, jetzt wollen wir aber Geld. Also wenn wir das richtig angehen, dann ist das Nachfassen ein Beweis dafür, dass wir es ernst meinen, mit dem, was wir tun und mit wem wir es tun möchten, Aufträge holen durch diesen Prozess des Nachfassens. Das wird im B2B-Vertrieb oft unterschätzt und es ist ja auch irgendwie auf den ersten Blick unangenehm, so eine Arbeit jetzt zu machen und zu sagen, komm, jetzt muss ich hier nochmal diese blöden Angebote hinterher telefonieren. Da hat ja nicht wirklich jeder Lust dazu. Aber wenn wir uns vielleicht anders darauf einstellen, wenn wir sagen, hey, jetzt haben wir die Gelegenheit, nochmal neu zu verstehen, was der Kunde wirklich will, dann wird aus diesem Ansatz, ein Gespräch führen zu wollen, um Angebote einzusammeln, nachzufassen, wird jetzt plötzlich was völlig anderes, nämlich eine zweite Chance, nochmal tiefer einzusteigen, in die Bedürfnisse des Kunden noch genauer zu verstehen, was er wirklich braucht und ihm dann nochmal, vielleicht abgewandelt, ein anderes Angebot zu machen oder ihm dabei zu helfen, dass das vorliegende Angebot tatsächlich, so wie es gestaltet war, genau seine Bedürfnisse erfüllt. Also nachfassen ist vielleicht vom Begriff her so ein bisschen unangenehm, weil manche damit Tätigkeiten verbinden, die eines wirklich guten Verkäufers oder Beraters unwürdig sind, dieses mechanische Sachbearbeiterartige hinterher telefonieren. Aber vielleicht sehen wir es mal aus einer anderen Brille und überlegen uns, wie können wir denn jetzt unsere Expertise bei der Bedarfsermittlung nochmal neu auspacken und auf die Art und Weise die Kundenentscheidung, die bisher nicht gekommen ist, aus irgendwelchen Gründen, die jetzt nochmal neu zu motivieren und vielleicht auch nochmal neu zu triggern, dass der Kunde vielleicht sogar in diesem Nachfallsgespräch sagt, ach wissen Sie was, ich habe mich jetzt entschieden, wir machen das miteinander. Und das wäre doch das, was wir eigentlich erreichen wollen. Wenn Sie jetzt eine Idee haben, was Sie künftig in Ihrem Geschäftskundenkontakt besser machen können, dann hat es sich gelohnt. Aber hey, vom Zuhören wird man noch lange kein besserer Verkäufer. Also einfach mal vorbeischauen bei stefanheinrich.com und nachlesen, weitere Infos holen und wirklich in der Praxis umsetzen.